Es ist so, das ist ein Steinhaus, praktisch, ich weiß nicht genau das Alter, aber natürlich über 100 Jahre alt. Das heißt, das ist ein typisches Projekt, das Feuchtigkeit in den Mauern hat, also keine horizontalen Feuchtigkeitssperren im Mauerwerk. So ein typisches Projekt mit Steinen gemauert, der Großteil, so wie viele Projekte hier im Waldviertel. Ein bisschen Mischmauerwerk nach oben hin, das heißt auch Ziegeln drinnen. Ansonsten der untere Teil komplett aus Stein. Ein bisschen in den Hang hineingebaut, das heißt, früher war es so, dass es verschiedene Ebenen gegeben hat, von der Fußbodenhöhe her und natürlich nach oben hin, sprich in diese Richtung zu uns rauf, die Böden immer angestiegen sind. Und das Ziel war es, es praktisch das Haus general zu sanieren. Das heißt, die Wände trocken zu legen, die Böden auszugraben, einheitliche Höhe zu schaffen, das Dach zu dämmen und auszubauen und das Ganze mit biologischen Produkten, so weit als möglich einfach. Das hat natürlich begonnen mit Außenaufgraben, das heißt, wir haben Außen nach hinten aufgegraben und das Typische wäre, man gräbt das aus und macht eine Drainage rein. Das ist genau das, was wir nicht wollen. Das heißt, das Ziel ist es, von außen hin die Feuchtigkeit fernzuhalten, indem man es nach außen hin abdichtet, so dass, wenn da Wasser kommt vom Hang, das drückt natürlich da rein und gegebenenfalls, wenn man eine Drainage macht, die Drainagen sind bestenfalls einige Jahre offen und das Wasser hinweg. Wenn die dann verschlemmen und zumachen sozusagen, dann schafft man mit einer Drainage, die ja nur so weit runter geht, wo der letzte Stein ist, ich kann ja nicht die beliebig tief reinlegen, dann haben wir das Problem, dass das Wasser da reinrinnt in den Graben und über diese Ringleitung rund ums Haus verteile ich mir das Wasser und wenn diese Drainagen irgendwann zuwachsen, weil sie verschlemmen und so weiter, das, was sehr oft passiert, dann hat man einen Wassergraben rund ums Haus und man bewässert ständig praktisch das Fundament von dem Haus. Deswegen machen wir nicht diese Variante, sondern wir versuchen das so zu machen, dass wir praktisch das ausgraben, auch bis zum letzten Stein runter, nicht weiter natürlich, sonst könnte ja die Mauer reinrutschen in die Grube, in die Arbeitsgrube und dann gibt es die Möglichkeit, mit Kalkmörtel praktisch das Mauerwerk zu stabilisieren. Das heißt, wenn ein Stein rausfällt, dass ich dann wieder reinklebe, ich sage zu dem Bauherrn immer, verwendet es keinen Zement, kauft keinen Zement, dann kann kein Handwerker so grundlegende Sachen falsch machen. Du brauchst praktisch bei so einem Haus normalerweise keinen Beton, auch keinen Zement. Die Materialien, die wir zur Verfügung haben, sind Lehm und Kalk. Die sind meist allemal besser als wie das, was vor 300 Jahren gebaut worden ist. Da haben wir auch nicht solche harten Materialien gehabt. Deswegen verwenden wir keine Zementputze oder Zementmörtel. Das heißt, das Mauerwerk quasi so weit gerichtet, dass es stabil ist mit Kalkmörtel. Dann könnte man das Ganze verputzen, sodass es eine halbwegs ebene oder geschlossene Oberfläche ist. Und dann hat man zwei Möglichkeiten der Feuchtigkeitssperre. Einmal die Bauchemiesperre. Das heißt, alles, was man hier nicht mehr sieht, praktisch, was unter der Rollierung ist, das wäre die Möglichkeit, dass man das praktisch flämt oder mit einer Spachtelung, praktisch mit Bauchemie abdichtet, somit, dass ins Mauerwerk von da rein keine Feuchtigkeit mehr rein kann. Die biologische Variante wäre ein Lehmschlag. Das haben wir auch da gemacht. Das heißt, man gibt so 25 bis 13 Meter breit den Lehm. Das ist ein richtig fettes Aushubmaterial. Kostet in der Regel gar nichts. Gibt es hier nicht. In dem Gebiet haben wir eher flinzige Böden, aber so im Donaugebiet und so weiter, es gibt viele lehmige Böden. Die nimmt man dann und die stampft man da rein, sozusagen. So leicht schräg nach außen, Schicht für Schicht wird da reingestampft. Und damit ist es so, und das füllt man dann auf bis hierher, kann auch Fließ drauflegen und dann ist es kein Traufenpflaster, betoniert oder sonst was, was man da hier zieht, sondern es ist einfach die Rollierung, der Abschluss. Und wenn sich das jetzt bewegt, weil es im Frühjahr oder im Winter gefriert und im Frühjahr wieder aufgeht, dann gibt es auch keinen Ristorten, weil sich das einfach bewegen kann, ohne dass es ein Problem gibt. Ich sage immer, man macht keine Traufenpflaster mit Platten. Man schleicht ja nicht ums Haus so rum, sondern wenn es einen Gehweg gibt, dann macht man den ja eben weg vom Haus. Und so habe ich jetzt die Möglichkeit, um auf die Abdichtung zurückzukommen. Die Abdichtung dahin ist gegeben, dass von außen ans Mauerwerk keine Feuchtigkeit mehr rein kann. Natürlich habe ich nicht die Möglichkeit, das unter dem Mauerwerk, diese Feuchtigkeit kann ich nicht rausbringen. Da müsste ich das abschneiden, das Mauerwerk oder Stahlplatten reinschießen. Das geht beim Ziegelmauerwerk bestenfalls beim Steinmauerwerk nicht, weil wir ja keine durchgehende Fuge haben. Und deswegen fällt das alles weg. Und das Ziel ist es einfach, dass man von außen die Feuchtigkeit wegbringt. Beim Bodenaufbau die Feuchtigkeit wegbringt. Von innen her gesehen. Und nur mit der Restfeuchtigkeit, die unter dem Mauerwerk ist, dass man schaut, dass man da die Feuchtigkeit mit Materialien verwendet, mit Baumaterialien, die verwendet, dass man die Feuchtigkeit wegbringt. Innen mit einem Lehmputz und so wie es da ist im Außenbereich mit einem Kalkputz. Da ist es zusätzlich noch so, dass das Steinhaus praktisch auch wärmetechnisch isoliert worden ist. Es ist praktisch ein biologischer Vollwärmeschutz oben, wenn man das so möchte, mit Schilfdämmplatten. Das heißt, es sind 2 x 5 cm Schilfdämmplatten an die Wand montiert worden. Alles was man da jetzt sieht, was weiß ist, sind quasi Schilfdämmplatten mit einem Kalkputz drauf. Das heißt, das ist natürlich kein niedrigstes Energiehaus oder Passivhaus. Das wird es nie werden. Das war aber auch nicht das Ziel. Sondern das Ziel ist, ein relativ gut gedämmtes Haus zu haben, dass ich nicht gleich bei jedem Stein die Wärme nach außen verliere, sondern dass ich einfach eine Dämmung habe rundherum, die einigermaßen gut ist, die biologisch ist, die Feuchtigkeit durchlässt, weil das Steinmauerwerk dahinter die Feuchtigkeit da drinnen ist und die muss raus. Und das geht natürlich ab dem Sockel sozusagen, kann die Feuchtigkeit über die Schilfdämmplatten durchdiffutieren. Der Kalk zieht es raus, die Feuchtigkeit und somit haben wir kein Problem, was den Außenbereich betrifft. Das Dach selber ist neu gedeckt worden. Der Dachstuhl wurde repariert oder ergänzt. Das, was kaputt war, hat man praktisch ausgewechselt. Und es ist praktisch eine Dachdämmung erfolgt mit Flax. Es ist eine Flax-Einblasdämmung verwendet worden. Das heißt, auch auf biologischer Basis dann ein Kaltdach drauf, hinter Lüftungsebene mit einem Dachziegel, den sich der Bauherr ausgesucht hat. Es ist so, eine Dachunterspannbahn ist natürlich da drauf. Das ist praktisch, wenn der Ziegel kaputt ist, würde es sonst in die Dämmung reinregnen. Und das ist natürlich die Dachunterspannbahn, das herkömmliches Material von den Zimmereien und so weiter. Das ist natürlich da drauf. Aber im Innenbereich ist praktisch keine Dampfbremse oder Dampfsperre drauf, weil in Verbindung mit einem Lehmputz im Innenbereich und einem Naturdämmstoff als Dämmebene braucht man keine Dampfbremse oder Dampfsperre. Die Funktion übernimmt der Lehm zur Gänze. So kann das jetzt ausschauen. Das ist nur eine Möglichkeit. Man könnte natürlich auch den Sockel anzeichnen, in einer anderen Farbe machen, was natürlich immer wieder gemacht wird und so weiter. Aber von außen sieht man das einmal so und das ist jetzt, ich glaube, das ist jetzt schon an die vier Jahre alt, so wie man es jetzt sieht. Und ja, es hat sich herausgestellt, dass es eine gute Variante ist, einfach das so zu machen. Das ist ja nicht das erste Projekt, das wir machen, aber das ist halt eins, wo wir sehr viel gemacht haben. Das ist ja gut gekannt, praktisch das Bauwerk. Ja, jetzt können wir reinschauen, wenn wir wollen. Dann schauen wir mal die andere Seite. Ein bisschen aufzupassen gibt es. Was natürlich noch ein Thema ist, wir haben auch hier eine Drainage gemacht bei dem Haus, aber eben nicht beim Haus hierbei, sondern weil wir ja da den Hang runter haben, ist die Tendenz da, dass natürlich das Wasser da runter möchte. Und jetzt ist vom Haus weg, so circa drei Meter, so mitten am Weg circa, haben wir eine Drainage gemacht. Und da habe ich die Möglichkeit bei dieser Drainage, dass ich die rund um das Haus lege, aber eben nicht beim Haus hierbei, sondern eben vom Haus weg. Und jetzt habe ich die Möglichkeit, dass ich da zwei Meter tiefer graben kann. Das ist wie beim Haus hierbei, weil mir ja kein Mauerwerk reinfällt. Und das ist das Schöne daran, wenn diese Drainage zwei Meter tiefer ist, bringe ich natürlich viel mehr Wasser da rein und ich kann das besser entwässern, wie wenn das beim Haus hierbei wäre. Und der zweite Vorteil ist, sollte diese Drainage einmal nicht mehr funktionieren als solches, weil es auch verschlemmt, dann habe ich den Wasser graben her vorne weg vom Haus und es macht mir keinen Schaden am Haus. Und das ist der Sinn und Zweck. Wenn ich die Möglichkeit habe, dass ich vom Haus weg aufgrabe, finde ich es halt immer die bessere Variante. Und das ist da auch gemacht worden. Somit, dass man praktisch das Hangwasser, das Druckwasser vom Hang weg kriegt, dass ich nicht das an und zum Haus zu gebe. Das war auch das, was wir da gemacht haben mit der Drainage. Und das ist dann so gelaufen, das ist dort ein kleiner, wenn man vielleicht hinten schaut, ein kleiner Teich entstanden und dort kann das reinlaufen. Ansonsten ist es beim Haus so, die Struktur vom Haus ist erhalten geblieben. Das heißt, das Haus ist immer so gewesen. Der Stadl ist auch so gewesen, die Originalgröße ist geblieben. Es ist nur so, dass es quasi, der Stadl wurde unterfangen. Das heißt, es ist mit Beton gearbeitet worden dort, dass man praktisch die Holzseilen, die verfault waren, vermorscht waren, abgeschnitten hat und ergänzt hat mit einem Betonfundament, mit einem Streifenfundament und hat den Stadl quasi auf neue Füße gestellt. Das ist so das Einzige. Der Dachstuhl wurde ergänzt, aber die Grundstruktur ist so geblieben. Das beim Eingang, das hat sich ein bisschen verändert. Der Eingang war vorher von dieser Seite rein, war sehr schmal. Durch das, dass wir praktisch die 2x5cm Schilfdehnplatten aufgebaut haben, ist das Mauerwerk nach außen hin um ca. 15cm dicker geworden. Und die Tür wieder versetzt, dass man jetzt so rein geht. Und es ist einfach mit Natursteinen auch von der Gegend hier wieder praktisch ergänzt worden. Somit ist quasi die Substanz die gleiche, wie es vorher war. Dort sieht man praktisch das rote Rohr oder das rot-weiße dort hinten. Das ist quasi die Drainage. Heute sieht man auch richtig, dass etwas Wasser läuft. Und das kleine schwarze Rohr dort mit dem Steindruck dort hinten. Das ist praktisch der Brunnenüberlauf. Es gibt auch da gutes Quellwasser sozusagen. Genau. Und das läuft quasi Jahr ein Jahr aus. Wobei, man muss sagen, dieser Teich wurde auch mit Lehm gebaut. Das heißt, wir haben eine gute Lehm da reingeschüttet sozusagen. Und die Wanne wurde mit Lehm ausgekleidet hier. Genau. Aber es ist natürlich so, es ist umgeben vom Wald. Der Wald gehört einem anderen, also nicht dem Besitzer hier. Und das ist das Problem, dass die Sonne ja nur sehr kurz hier ist. Im Sommer super, aber im Winter ganz wenig. Das ist halt der Nachteil bei dieser Lage. Und natürlich da einen Teich zu haben, ja. Das wird dann wirklich genutzt. Bis der warm ist, ist es schon wieder kalt. Außer du bist hart gesotten. Solche Waldviertel gibt es eh. Das ist kein Problem. Genau. Gehen wir rein? Genau. Der Kamin wurde wieder aktiviert. Der war vorher da. Der wurde zugemauert. Ja. Die Terrasse hat es auch früher schon gegeben natürlich. Ja. Das ist halt jetzt neu, das Steinmauerwerk, was es hier betrifft. Ja. Hier sieht man praktisch das Steinmauerwerk wieder. Das ursprüngliche Mauerwerk, das wurde einfach gereinigt. Und einfach wieder mit Lehm verputzt. Genau. Und die Steine zeigen praktisch, die haben wir rausgeholt, Sand gestrahlt, sodass man einfach sieht, dass es dahinter ein Steinmauerwerk ist. Und ich finde das immer besonders schön, wenn es schöne Steine sind, dass man es auch einfach zeigt. Das Haus, das wird immer altes Haus bleiben, egal wie gerade oder wie schön oder eckig man das Ganze verputzt. Das merkt man einfach da. Wir versuchen halt dann einfach die Konturen, die alten Konturen wieder herzustellen. Das heißt, wenn es buckelig ist, wellig ist, dann wird es auch später wieder wellig sein. Und die Kanten einfach abgerundet. Das finde ich halt einfach harmonischer. Und da zeigt man halt einfach bewusst, dass es ein altes Steinmauerwerk ist. Der Boden ist neu gemacht natürlich, aber zum Bodenaufbau können wir noch ein bisschen was sagen. Ja, hinten sieht man auch das neue Steinmauerwerk, wenn man jetzt weiter reingeht. Und da ist es auch noch ein Ziegelmauerwerk mit Lämm gemauert und mit Lämm auch verfuckt. Die Fenster sind praktisch neu, aber wieder Kassenstockfenster von einem hiesigen Tischler hier gemacht. Der macht sehr schöne Arbeit. Die Größen sind aufgeblieben und wenn man jetzt reinschaut. Man sieht, das Haus ist ja bewohnt. So wie man es da jetzt sieht, ist natürlich auch wieder die Steine sind wieder gereinigt worden. Dass man erkennt, dass es ein Steinhaus ist, das Ganze. Durch das, dass jetzt draußen ein Vollwärmeschutz ist, also eine Wärmedämmung drauf ist auf biologischer Basis, ist es natürlich schön, wenn man ihnen die Steine auch her zeigt. Das ist einfach mit Lämm verputzt worden. Und jetzt ist es natürlich so, das Haus wird nur mit zwei Öfen beheizt. Die Steine nehmen natürlich auch die Wärme auf. Und ich habe da die Möglichkeit praktisch, dass ich sehr viel Speichermasse habe von dieser Wärme. Der Ofen, wenn ich den natürlich einheiz und das Haus ist eiskalt, dann braucht man natürlich einige Stunden einmal, bis sich die Wärme natürlich ausbreitet. Das Steinmauerwerk frisst unter Anführungszeichen die Wärme natürlich am Anfang. Dafür gibt es es auch nachher wieder ab. Das ist halt das Gute, wenn man natürlich eine Außendämmung macht. Dann bleibt praktisch das Mauerwerk als Speichermasse erhalten. Das ist was anderes, wenn man Innendämmung macht. Das ist auch eine Variante der Altbonsonierung, dass man praktisch, wenn es außen nicht geht, oder dass das Haus nicht einem Besitzer gehört, oder dass es nicht an einer Grundgrenze steht, Fassaden hat, die unter Denkmalschutz steht, die man nicht kaputt machen darf und so weiter. Dann gibt es halt eher nur die Variante der Innendämmung. Ist auch eine Möglichkeit. In dem Fall, oder ich bin immer der Meinung, wenn es außen möglich ist, macht man es außen. Das ist wie ein Mantel, den man rundherum legt und ich finde, das ist eine bessere Variante. Aber beide Varianten sind möglich. Da bleibt man halt das Mauerwerk als Speichermasse erhalten. Das Ganze, habe ich schon gesagt, wird mit zwei Öfen geheizt. Das heißt, das ist praktisch ein T-Shirt zum Kochen mit einem Nachheizkasten sozusagen, der praktisch die Energie vom Heizen nochmal verwertet, bevor es in den Kamin reingeht. Die Steinmauer da hinten ist neu gemacht worden. Die alte ist hier gestanden, aber die ist zusammengebrochen. Und ich wollte ein dickes Mauerwerk haben, eine große Speichermasse, weil wir gemerkt haben, dass es praktisch hier so ist, wenn man da heizt. Diese Steine werden super warm. Und wenn man jetzt nach zwei, drei Tagen noch drauf greift, sind die Steine noch immer, haben eine Grundwärme. Und das ist das Schöne, dahinter liegt das Badezimmer, was früher die Küche war. Und die Steine wärmen auch das Badezimmer auf, obwohl es im Badezimmer keine eigene Heizung gibt. Es reicht völlig aus, dass man praktisch das Mauerwerk aufheizt. Und auf der drüberen Seite hinten beim Haus ist das Wohnzimmer quasi. Und dort ist auch ein Kachelofen, der reicht ins Bad hinein. Und somit ist das Bad super warm. Und diese Speichermasse ist eine feine Sache sozusagen. Wo hier der Balken ist, ist früher natürlich eine Trennwand gewesen. Das war eine Zwischenwand und das Badezimmer war hier. Und das war ein kleines Büro. Und jetzt ist es praktisch die Küche mit Nesttisch und der Wohnbereich sozusagen. Genau. Diese Küche wurde gemacht aus dem Altholz praktisch, was sozusagen weggefallen ist. Vom Dachstuhr ein bisschen was. Von der Fassaden ein bisschen was. Überall wo man etwas weggerissen hat, sind die alten Hölzer verwendet worden. Und der hiesige Tischlöffer da, der Franz hat praktisch aus dem Altholz wieder eine Küche gebastelt. Und das Filet passt auch richtig gut rein. Das fügt sich harmonisch rein und ist eine gute Möglichkeit. Das Schöne auch hier ist es so, der Kühlschrank ist praktisch. Im Winter wird er nicht betrieben von hier. Das heißt, ich brauche keine Energie für den Kühlschrank. Weil es ist so gebaut, der Eingang, wo wir reingegangen sind, das ist eine kalte Zone. Die wird nicht beheizt. Ist aber quasi so warm im Winter, somit dass es nicht reingefriert. Und dort draußen ist auch der Winterkühlschrank sozusagen. Es ist ein Schrank, so wie man ihn früher gehabt hat, wo man praktisch das Ganze in einen Holzkasten mit einer Belüftung lagern kann. Und damit braucht man keine Energie für den Kühlschrank. Weil ich finde es ja immer ein bisschen bewährst. Da heizt einer auf 25 Grad. Nebenbei steht der Kühlschrank. Dort soll es wieder 4 Grad plus haben oder 6 Grad oder was auch immer. Und da heize, dort kühle. Und somit liegt es da draußen in einem Schrank drin. Ich brauche keine Energie. Und das finde ich eine geile Sache. Das haben wir gut hingekriegt. Da war einmal der Zellerkasten drinnen. Jetzt ist es halt einfach eine Nische für irgendwas. Ja. Das ist jetzt das Badezimmer da in dem Bereich. Wenn man da reingeht. Ja. Das ist praktisch diese Steinmauer von hinten. Die ist mit Lämpfer geputzt quasi. Ja, das wird es eh. Das ist einfach Kalkputz. In diesem Bereich ist es Kalkputz. Damit man es auch reinigen kann. Einfach versiegelt, sodass es Spritzwasser fest ist. Dass man es auch reinigen kann. Wenn einmal ein Stehwinkel steht. Oder es kotzt jemand einmal neben die Muschel. Dann sollte das ja irgendwie zum Reinigen gehen. Und wenn das jetzt Lämpfer wäre. Dann wäre das nicht möglich. Oder nicht so gut möglich. Deswegen einfach hier Kalk. In der Dusche ist es das gleiche praktisch. Wenn man da jetzt schaut. Das ist das alte Steinmauerwerk. Wir haben praktisch nur die Leitungen eingestimmt. In diesem Bereich. Und haben das praktisch wieder mit Kalkmörtel verputzt. Und unten in den Boden Steine reinkleckt. Einfach in ein Kalkmörtelbett. Und das ganze praktisch mit Steinversiegelung versiegelt. Und damit kann man da duschen. Das Wasser plaut ab. Und das ist einfach eine gute Möglichkeit. Kann man sich gerne anschauen. Oder können Sie das da probieren. Dann sieht man einfach. Wie hier das Wasser abblatet. Genau. Und somit. Ist praktisch. Ja. Man sieht auch hier natürlich den Untergrund. Was halt da war. Die alten Ziegel da. Das Gewölbe praktisch über den Fenstern. Das haben wir einfach freigelegt. So mit Saung gestreut wieder. Und einfach mit Lehm ein bisschen zugeschmiert. Das ist wie es war. Die Fenster sind neu gekommen. Es waren vorher Kassenstockfenster drinnen. Jetzt sind wieder Kassenstockfenster drin. Ein paar alte Ziegel als Fensterbank. Das wollte der Besitzer so haben. Und das haben einfach so eingebaut. Fertig. Ja. Das ist einfach eine gute Variante. Hier gibt es einen Riss. Das haben wir ja schon gesehen. Das ist praktisch ein. Das Fallrohr vom WC. Oder die Entlüftung rauf. Die ist einfach verkleidet worden. Mit einem Drahtgewebe. Und mit Lehm verputzt. Und wenn sich da was bewegt halt. Dann gibt es halt einen Riss drinnen. Und das ist natürlich. Wenn es Rundungen sind. Ja. Da gehört einfach irgendwann einmal. Nachgegangen. Und kleine Haarrisse. Macht einfach die Lehmfarbe zu. Wenn es etwas größeres wäre. Dann kann man das noch einmal ein bisschen nachreiben. Das geht beim Lehm super. Und das ist überhaupt kein Thema. Also das passiert. Das kann auch bei jedem. Bei jedem anderen Putz. Genau das Gleiche. Das hat jetzt mit dem Lehm nichts zu tun. Das ist einfach der Aufbau von dem Rohr. Das ist nur mit so einem Zichelstausgewebe ummantelt worden. Und einfach verputzt. Und das ist halt. Vielleicht ist irgendwo das Gewebe da nicht reingelegt worden. Oder was. Möglicherweise. Aber es kann immer wieder mal zu Risse. Oder zu Trocknungsrisse. Oder Spannungsrisse kommen. So wie hier natürlich. Wir haben eine Holztramdecke drauf. Das ist ja. Die alte Traumdecke ist geblieben. Das Schilfrohr ist runtergekommen. Ein neues raufgekommen. Und wieder mit Lehm verputzt. Und wenn sich natürlich die Holztramdecke bewegt. Gegenüber dem Mauerwerk. Das sich natürlich nicht bewegt. Kann es irgendwo ein Riss geben. Ja. Ich darf auch das einmal herzeigen. Dass es sowas immer wieder einmal eine Möglichkeit ist. Ja. Das ist eh sehr sehr klein da oben. Das ist irgendwie. Ja. Trotzdem. Wenn man ein bisschen weißelt. Natürlich wird es jetzt noch schön aussehen. Genau. Aber es ist jetzt nicht dramatisch. Das ist jetzt natürlich fällt ins Auge. Genau. So ist es. Genau. Das ist jetzt der hintere Teil vom Ofen. Der steht da praktisch in das Badezimmer rein. Und wenn hinten auch geheizt wird. Praktisch der hintere Kachelofen. Dann wird es auch extra nochmal in diesem Bereich warm. Das sieht man natürlich auch sehr deutlich. Dass der Ofen natürlich heiß, kalt, heiß, kalt ist. Und dann gibt es natürlich auch da Spannungsrisse. Das Mauerwerk ist fix. Das Mauerwerk vom Ofen bewegt sich immer wieder. Und deswegen gibt es auch immer wieder diese Spannungsrisse. Das wäre natürlich jetzt eine Möglichkeit, dass man das ausschneidet. Mit einer Säge. Da gibt es eine spezielle Säge dazu. Man könnte es dann auch aussilikonieren. Oder als Schattenfuge lassen. In dem Fall ist überhaupt nichts dran gemacht worden. Und deswegen schaut es so aus wie es ist. Also das wäre natürlich schön, wenn man das vielleicht irgendwann einmal nacharbeiten würde. Da sieht man das Deutliche. Was ich immer wieder gerne sage. Wenn man solche Anschlüsse macht, die beweglich sind. Und das was nicht beweglich ist. Und man macht eine Rundung hinein. Dann wird dieser Riss unkontrollierbar. Was man hier unten sieht. Dass es in einer Ecke ist. Ist es kontrollierbar. Das kann ich jetzt aufschneiden. Und es wird unter Anführungszeichen gerade. Da kann ich jetzt den Riesen nicht so nachgehen. Und deswegen ist immer eine Rundung ein heikleres Thema. Es ist wie eine unter Anführungszeichen scharfe Ecke. Die ist einfach leichter zum Handhaben. Kannst du mal erwähnen. Das ist eine Lehmfarbe. Hast du gesagt. Genau. Das ist Lehmputz mit einer Lehmfarbe. Genau. Das ist diese große Lehmfarbe, die in Österreich erzeugt wird. Das ist praktisch die beste Variante, um die Fähigkeiten des Lehmens zu erhalten. Wenn ich streichen möchte. Natürlich kann man den Lehm an Natur lassen. Aber das ist halt natürlich so Milchkaffeebraun. Und wenn die Fenster so wie da nicht groß sind, dann kann man es sich quasi nicht leisten, nicht weiß zu streichen. Weil es einfach dunkel ist. Und nicht jeder möchte in einer Höhle wohnen. Ist so. Genau. Da geht das Botterierohr rüber. Praktisch das auch ein bisschen mitheizt natürlich. Weil der Kamin sozusagen hier ist. Dahinter. Ja. Da sieht man die alten Balken, die auch vorher drinnen waren bei den Türen. Die Türüberleger quasi im Mauerwerk. Das hat man früher gebaut, ja? Genau so ist es. Das waren einfach Türüberleger. Die Türen wurden neu gemacht. Auch hier wurden sie neu gemacht. Aber das Maß ist geblieben sozusagen. Und das ist jetzt der hintere Teil praktisch von dem Gebäude, wo praktisch das Niveau, das ressourchtmögliche Niveau. Und je weiter man reingeht, desto höher ist es quasi raufgegangen. Weil das Haus ja praktisch so in den Hang hinein gebaut wurde. Und wir haben auch gemerkt, wie wir da hinten ausgegraben haben praktisch, wo jetzt die Küche ist. Dass wir dort das Mauerwerk nach unten hin verlängern haben müssen. Weil wir einfach weiter reingraben haben müssen. Für den Boden aufbauen, für das Niveau, was man jetzt praktisch das alles in einer Ebene ist. Haben wir praktisch das Mauerwerk nach unten verlängern müssen. Das ist eine klassische Mauerwerksunterfangen. Das macht jeder Baumeist. Das ist keine Hexerei, das ist nur viel Arbeit. Aber ansonsten, das ist immer wieder einmal das Thema bei den Altbauberatungen, was ich auch immer wieder mache, dass man sich solche Häuser anschaut. Und dass man schaut, was wird in etwa auf uns zukommen bei der Umbauerei. Da war es halt einfacher. Den vorderen Teil oder das vordere Drittel des Hauses hat man praktisch unterfangen müssen. Das ist der einzige Bereich, wo man auch Beton einsetzen kann. Weil ich sozusagen unten eine kleine Schürze mit Beton mache. Dann kommt eine Sperrbahn hinein. Und dann wird das Mauerwerk in mehreren Abschnitten ausgegraben, hineingemauert, wieder frisch. Sodass praktisch das Mauerwerk Schicht, Streifen für Streifen einfach nach unten hin verlängert wird. Und irgendwann sind alle Streifen erneuert und ergänzt. Und damit ist das Mauerwerk nach unten hin, so wie es da ist, um circa einen Meter verlängert worden. Die Statik funktioniert, die steht wieder auf guten Füßen. Und damit ist es kein Thema. Nehmen wir an, dass wir dieses Mauerwerk machen. Dann mache ich drei Teile. Jetzt haben wir einen Meter oder einen Meter zwanzig. Wieder einen Meter zwanzig, wieder einen Meter zwanzig, wieder einen Meter zwanzig. Und ich beginne mit dem ersten Teil und mit dem vierten Teil. Der zweite und der dritte Teil bleiben drinnen. Den ersten Teil grabe aus, den vierten Teil grabe aus. Sodass ich unter das Mauerwerk durchschlüpfen kann, nach außen hin. Und grabe so weit rein, dass ich meine Tiefe bekomme, die ich halt brauche. In unserem Fall in etwa einen Meter. Das wird dann unten ein Stück rausbetoniert, der unterste Teil. Dann kommt eine Pappe rein und dann wird der Teil wieder zugemauert. Der erste Teil und der vierte Teil. Inzwischen haben wir der zweite und der dritte Teil des Mauerwerk stabilisiert. Wenn das Mauerwerk trocken ist und fest ist, dann grabe ich den zweiten Teil aus und den fünften Teil. Dann ist es noch immer, dann habe ich schon was Neues drinnen und ein Teil ist noch kalt und ein Teil ist wieder ausgeraubt. Der ja in der Luft steht. Und die anderen Teile müssen das mithalten. Und wenn der wieder sozusagen gefestigt ist, dann macht man den dritten Teil. Und damit ist irgendwann, wenn das ganze Spiel erledigt ist, hat man die ganze Mauer nach unten hin um einen Meter oder was auch immer verlängert. So einfach funktioniert das. Verstand. Genau. Und das ist nur viel Arbeit, weil man natürlich dann mit Krampen das ausgraben muss. Oder man hat einen Bagger und man grabt das dann halt so raus. Ja. Ansonsten ist es so wie hier, haben wir diffusions offene Bodenaufbauten. Weil das ist auch ein Thema, was meines Erachtens dazugehört. Dass man, wenn man schaut, dass man das Mauerwerk die Feuchtigkeit von außen fern hält. Eben mit diesem Lehmschlag. Dass die Feuchtigkeit nicht ins Mauerwerk eindringt. Und die Feuchtigkeit, die da über den gesamten Boden ja da durch möchte rauf. Die Feuchtigkeit möchte da durch. Und wenn wir das jetzt abbetonieren würden, dann würde die Feuchtigkeit an den Beton anstoßen. An Beton entlang wandern. Und das Mauerwerk, das eh schon feuchtig belastet ist. Kommt noch einmal zusätzlich die Feuchtigkeit von dem gesamten Raum rein. Deswegen sollte man nicht zubetonieren. Sondern das wenn schon irgendwann einmal saniert worden ist. Die Häuser in die 70er, 80er Jahre den Beton wenn es geht rausreißen. Diffusions offene Bodenaufbauten machen. Dass über die komplette Bodenfläche die Feuchtigkeit durchdiffudieren kann. Das setzt allerdings voraus, dass in keiner Schicht in den gesamten Bodenaufbau die Feuchtigkeit sperrend ist. Weil sonst würde das was darunter liegt verrotten. Und deswegen ist es so, dass wir das ausgeraubt haben. Dann ist in unserem Fall das Glasschaumschotter reingekommen. Das ist meine kapillarbrechende Schicht. Und zugleich meine Wärmedämmung. Das ist da ca. 25 bis 30 cm tief. Diese Schicht ist kapillarbrechend. Dann ist ein Geo-Vlies draufgekommen. Das Geo-Vlies ist praktisch ein Kunststoff-Vlies, sage ich jetzt einmal. Man kann ja nicht ein Flax-Vlies reinlegen, das würde ja verrotten. Und das Kunststoff-Vlies, das was auch im Straßenbau verwendet wird, das trennt man praktisch die Schicht vom Glasschaumschotter zur nächsten Schicht. Und jetzt ist das Geo-Vlies da reingelegt worden. Und drauf sind Streifen gekommen mit 2,5er-Split. Ein 2,5er-Split ist praktisch ein Kantkorn, das praktisch unter den Balken aufgeschüttet wird. Und die Holzbalken sind dann einnivelliert worden, sodass man die Holzbalken in einer Ebene verlegen kann. In dem Abstand, was man halt möchte, je nach Boden, es gibt dicke Böden, es gibt dünne Böden. Und je nachdem, wie dick oder dünn die Böden sind, dass sie sich nicht durchbiegen, muss ich halt dementsprechend weit oder dementsprechend eng meine Staffel verlegen. Würde ich aber die Staffel jetzt direkt am Glasschaumschotter verlegen, das funktioniert nicht, weil den kann man nicht so einebenen, dass das eine 100% ebene Schicht wird. Deswegen diese Fließschicht, deswegen dieser 2,5er-Split, da fehlt das Feinanteil, der Feinkorn, sodass man die Feuchtigkeit da nicht draufziehen kann an den Holzstaffel. Und dann habe ich die Möglichkeit, dass ich den Holzstaffel praktisch da einbette. Und dann kann ich die einnivellieren und auf den Holzbalken drauf kommt der Holzboden. Da ist es natürlich wichtig, dass die Böden nur geölt sind oder maximal oder vielleicht verseift, aber nicht gewachst und schon gar nicht irgendwie versiegelt oder lackiert. Das setzt das voraus, weil die Oberfläche muss so diffusionshoffen sein, dass die Feuchtigkeit durchdiffutieren kann. Das ist das Wichtigste daran. Deswegen funktionieren auch nur Böden, die ein reiner Holzboden sind. Also keine schichtverlemmten Böden oder Glicksysteme mit Laminatböden oder Plastikböden usw. Das hat ja gezeigt, wenn man früher solche Böden gehabt hat. Diese Böden waren ja meistens nur in der Erde verlegte Staffeln. Und dann sind bei meinem Elternhaus war das genauso. Die Böden waren 60, 70 Jahre alte Holzböden. Nur wenn man dann in die 80er Jahre einmal einen PVC-Boden draufgelegt hat, dass man den schieren Holzboden praktisch nicht mehr sieht. Was ist dann passiert, zehn Jahre später ist der Boden, der vorher 50 Jahre drin war, wenn man kein Problem gehabt hat, verfault. Weil die Feuchtigkeit wollte durch, ist bis jetzt durchgekommen, dann hat man den Plastikboden draufgelegt und dann ist das untere verfault. Ein klassischer Fehler. Den man heute immer wieder noch macht. Heute macht man halt im Dachboden oben. Ich spüße das Gleiche. Aber deswegen ist es wichtig, dass wenn ich diffusionshoffen baue, den Boden aufbaue, dann in jeder Schicht. Ich habe eben die Möglichkeit, weil das Dach ausgebaut wurde, ist praktisch die Dachschäden gedämmt worden. Der alte Dachstuhl ist angestreut worden. Man sieht das jetzt, das ist das alte Gepäck. Und da drauf ist der Dachstuhl nach innen aufgedoppelt worden, dass sie dicker wird. Und somit ist dann eine Wärmedämmung reingekommen. Da ist drinnen Flachsdämmung eingeblasen von einer oberösterreichischen kleinen Firma. Sehr innovativ, der Martin. Der hat das da eingeblasen. Und wir haben drauf. Drauf ist dann noch natürlich diese Rausschalungsbretter, dann Schilfstuckatur als Putzträger und dann einfach der Lämputz drauf. Und wie ich draußen schon gesagt habe, in Verbindung mit dem Naturdämmstoff, das könnte auch Stroh sein, Flachs, Hanf, Schafwohle, was auch immer. In Verbindung mit einem Lämputz brauche ich keine Dampfbremse. Die Funktion übernimmt man einfach der Lämputz. An den Ecken und Enden, wo natürlich der Lämputz einen Riss hat, ist er auch nicht luftdicht. Dort gibt es die Möglichkeit mit dieser Lehmfließtechnik auf biologischer Basis die Häuser so abzudichten, dass es auch luft- und winddicht wird. Also diese Flachsfließmatte in Verbindung mit einer Lehmschlämme haben wir irgendwann schon mal besprochen. Die Möglichkeit gäbe es auch hier, dass man sowas macht. Dann könnte ich generell auf diese Dampfbremsen, auf diese Dampfsperren oder Luftdichtebenen gänzlich verzichten. Dann habe ich das alles auf natürlicher Basis. Das wäre eine gute Variante. Bei alten Häusern ist es auch immer wieder so, dass die Dachböden nicht ausgebaut worden sind. Und dann wird diese Ebene gedämmt. Da ist es auch so, es sind sehr oft Dübelbaumdecken obendrauf. Dann ist eine Lehmschicht obendrauf. Und diese Lehmschicht, die da oben drauf ist, ist oft Jahrzehnte alt. Und die Menschen, wenn sie dann zum Umbau anfangen, schauen sie, Aha, das ist was Sandiges, was Lehmiges, das geben wir mal runter. Gangen irgendeinen an den Baumarkt, kaufen eine Dämmung. Es hat es schon gegeben, wo ich hingekommen bin. Und dann hat einer der Baumarkt Styropor verkauft. Und dann haben sie 2x10 oder 2x15cm Styropor da draufgelegt, eine Bohrenverschlussplatte drauf und das war's. Haben aber das Dach nicht verändert. Das heißt, es ist keine Unterspannbahn, es ist kein Kaltdach draufgekommen. Wenn dann ein Dachziegel kaputt ist, dann regnet es da rein, rinnt in die Dämmung hinein, bis zu den Holzbalken, also bis zu der Dübelbaumdecke. Und was früher der Lehm gemacht hat, der Lehm hat ja eine Funktion gehabt, der ist ja nicht einfach da draufgelegt. Der Lehm hat die Funktion gehabt, wenn es reingeregnet hat, aber es ist auch Schnee reingekommen, weil die Dächer ja nicht dicht waren, dann ist einmal ein Haufen Schnee drin gelegen, der ist zergangen, ist in die Holzkonstruktion reingesickert. Und dieser Lehm oder Lehmschlag da oben hat die Funktion gehabt, dass er die Feuchtigkeit wieder rausgezogen hat. Und somit hat das wieder durchlüften können und die Feuchtigkeit ist da rausgezogen worden und die Dächer waren nicht dicht und die Feuchtigkeit ist weggegangen. Und zugleich hat diese Funktion drauf, ein paar Zentimeter dick, die Funktion des Brandschutzes gehabt. Jetzt geht man her, reißt das alles runter, weil es ja für nichts ist quasi, und dann legen sie irgendeine Dämmung drauf, Bohrenverschlussplatten ums, Wasser rinnt rein und kann nicht mehr raus. Und einige Jahre später oder Jahrzehnte später wundern sie sich, warum die Tramköpfe abgefallen sind, warum die Tramdecken kaputt sind und so weiter. Klassischer Fehler. Und deswegen versucht man halt auch wieder mit natürlichen Materialien das zu dämmen. Man könnte es mit Strohballen dämmen, aber als letztes oben drauf wieder eine Lehmschicht, eine fette Lehmschicht drauf. Und diese Lehmschicht würde man wieder genau das gleiche machen, was vorher der Lehm unten auf den Holzbalken gemacht hat, nämlich wenn Feuchtigkeit in die Dämmung reinkommt, dass es immer wieder raus saugt. Und zugleich ist es der Brandschutz. Wäre eine simple, einfache Version. Aber natürlich, es wird halt gern Stilopor verkauft und so weiter. Das wäre so die klassische Möglichkeit zu dämmen, so wie die da halt jetzt mit dem Naturdämmstoff in Verbindung mit Lehm. Eine super geile Sache. Der Dachboden ist da ausgebaut oben und es ist einfach da noch, ja, sind Räumlichkeiten oben und für Yoga und Zimmer noch zum Schlafen. Ja. Ich stelle jetzt wieder diese übel blauen Becken. Und das ist halt einfach der alte Dachstuhl. Sandgesprach. Und das ist auch so. Da ist es auch so, da haben wir zum Beispiel die Punkträume. rausgeschnitten hier. Das sieht man, das dürfte man eigentlich nicht machen. Deswegen sind sie einfach durch Eisen ergänzt worden. Das heißt, unten sind die mit Eisen zusammengehängt worden in der Fußpunktkonstruktion, so dass man sie nicht sieht. Sonst könnte man einfach die Balken rausschneiden. Sehr klar, es ist ja eine statische Sache. Aber solche Sachen kann man eben machen. Genau so ist es. Und das ist ein schliefbarer Kaminnach wie früher. Das ist ein ziemlich großer Querschnitt und der geht da einfach raus. Früher ist sogar da, glaube ich, eine Selt gestanden. Da hat man das Fleisch reinhängen können. Es gibt da verschiedenste Varianten. Das ist Warmselchen. So haben wir das auch früher gehabt. Das heißt, da ist unten gekarzt worden. Also nicht nur geraucht worden, so wie ein kaltgeselchtes, sondern ein warmgeselchtes. Und das war schwarz, das Fleisch, wenn man es rausgenommen hat. Das war warmgeselcht und das ist da drinnen gehängt. Da hat man es da rausgenommen. Auch eine Variante. Gibt es heute kaum mehr. Genau, da sieht man auch wieder das gesperre, sozusagen das Gebäck, das ursprüngliche. Das ist das, was das Ganze hält. Was wir dazu gemacht haben, ist da ein Dachflächenfenster. Das ist da reingekommen. Das war früher nicht da. Das ist einfach, dass da hinten ein bisschen mehr Licht reingekommen, weil eben nur diese drei kleinen Fenster da waren. Und das sind da auch ursprünglich schon so blöse und die sind da wieder gekommen. Und dass man einfach ein bisschen mehr Licht herinnen hat, ist das doch ein bisschen aufgemacht worden. Ansonsten ist es praktisch, so wie es früher war, die Räumlichkeit. Genau, es war auch früher da ein Ofen. Der hat das ganze Haus geheizt, dieser Ofen. Jetzt ist es halt ein Kachelofen und der hat diesen Bereich heizt und das Badezimmer mitheizt. Genau. Alternativ zu dem Holzbodenaufbau gibt es natürlich auch die Version mit Ziegeln. Also ich habe die Möglichkeit, dass man praktisch auch das ganze Diffusionsofen macht mit einem Ziegelboden, weil nicht jeder möchte einen Holzboden haben, vielleicht auch nicht im Eingangsbereich. Das sieht man hier, man kann ja da schauen. Schauen wir mal. Wenn man da jetzt schaut, das sind praktisch diese Ziegelböden. Jetzt mache ich da mal kurz auf, dass man das ein bisschen sieht. Wenn du vielleicht da her schaust. Genau. Das ist jetzt so ein klassischer Aufbau mit Ziegel oder mit Holzstögelpflaster in Verbindung. Das ist praktisch alles jetzt. Ab dem Geoflies ist es praktisch anstelle des Holzboden, des Holzaufbaus mit Bau, mit Splitt ist es praktisch mit Kaltmörteln gemacht worden. Das ist ein klassisches Kaltmörtelbett. Dahinter könnte auch eine Fußbodenheizung sein, wenn man das möchte. Und in das Kaltmörtelbett sind praktisch die leicht gebrannten Ziegelplatten hineingelegt worden. Und diese Ziegelplatten werden dann einfach nur geölt an der Oberfläche. Dann kann man es super reinigen. Durch den Kaltmörtel ist kein Zement drin, der sperrt, sondern der Kalt lässt die Feuchtigkeit durch. Das kann durchdiffudieren. Auch die Fugen sind mit Kalk ausgefüllt worden. Dann wird das Ganze mit Öl gestrichen worden, mit Fußboden-Hartöl zum Beispiel. Und dann kann man das super geil wischen. Eine gute Variante. Dann habe ich nicht nur einen Holzboden da, sondern habe im Eingangsbereich praktisch einen strapazierfähigeren Bodenaufbau oder Bodenbelag. Was ich natürlich nicht verwenden kann, das sind Fliesen in irgendeiner Weise. Weil eine Fliese natürlich dahinter eine Kleberschicht hat und diese Kleberschichten praktisch dicht machen. Und deswegen darf ich halt sowas nicht verwenden. Nur halt was leicht gebrannte Ziegelplatten wären eine Variante. Sandsteinplatten wären eine Möglichkeit. Das sind solche mögliche Bodenaufbau. Alles gut. Und dann wäre es gut. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020